Das ist ja der brandneue Sony VPL XW7000, das neue High-End-Flaggschiff und der Nachfolger vom VW790. Wir haben schon mal einen Blick riskiert und präsentieren euch die ersten Daten. Hallo und herzlich willkommen bei Heimkino und LaserTV. Ja, das Jahr 2022 schickt sich ein, ein richtig gutes Jahr für High-End-Geräte zu werden. Nachdem JVC seine Modelle bereits angekündigt hatte und teilweise ja auch schon auf dem Markt hat, lässt sich Sony auch nicht lange bitten und bringt den XW7000, der den Nachfolger zum VW790 darstellt. Ja, und der XW790er hatte ja schon einen guten Ruf in Sachen Helligkeit, Farben und Kontrast. Dennoch will Sony wieder einen draufsetzen und fokussiert sich hier vor allen Dingen auf die Lichtausbeute. Gerade 3200 Lumen soll dieses Gerät erreichen. Das sind 1200 Lumen mehr als der XW790er. Spezialisten unter euch werden wissen, man kann nie genug Licht haben für HDR-Highlights, damit die richtig schön strahlend wirken. Realisiert wurde das durch eine überarbeitete Laser-Engine. Diese erzeugt nicht nur 1200 Lumen mehr, sondern laut Sony, wir konnten es noch nicht überprüfen, sollen sie auch gleichzeitig 30% weniger Strom aufnehmen. Das ist ja heutzutage auch nicht irrelevant. Nicht nur die Laser-Engine wurde überarbeitet, sondern auch die Light-Engine, weshalb der XW7000 ein komplett neues und etwas kompakteres Chassis hat als der 790er. Und zwar wurden die SX-RD-Panels geschrumpft von 0,74 Zoll Diagonale auf 0,61 Zoll. Damit kann man die ganze Light-Engine kompakter gestalten und auch die Kühlung effektiver gestalten. Darauf gehen wir nachher noch ein. Einen Nebeneffekt hat das. Die Auflösung ist von der Kino-Auflösung von 4096 auf die Original-UHD-Auflösung von 3840 geschrumpft. Meiner Meinung nach keine falsche Entscheidung. Ja, und auch auf Signalebene hat sich einiges getan. Der X1 Ultimate Prozessor ist jetzt eingezogen. Den hat er geerbt von dem ganz teuren High-End-Modell, dem GTZ 380. Ja, und der X1 Ultimate, der soll natürlich mehr Rechenleistung bieten für Zwischenbildberechnung, Skalierung und, und, und. Das schauen wir uns natürlich im Bildtest gleich nochmal an. Da der XW7000 ein komplett neues Chassis erhalten hat, schauen wir uns das doch einmal im Detail an. Es erinnert sehr deutlich an den 790er, ist aber kompakter, vor allen Dingen schmaler. Und ganz wichtig, das Belüftungssystem wurde komplett überarbeitet. Der 790er hat ja eher die Luft von hinten nach vorne transportiert. Hier ist es jetzt genau umgekehrt. Die Luft wird hier vorne angesaugt und an der Seite angesaugt und wird dann auf der Rückseite, ich drehe das mal nach hinten, hier auf dieser großen Rückseite nach hinten herausgeblasen. Manche werden sich jetzt vielleicht sagen, oh, dann haben wir ja vielleicht einen Hitzestau hinter dem Gerät. Das Gerät erzeugt aber tatsächlich so wenig Abwärme als Lasergerät, weil diese neue Laserengine so effektiv ist, dass sich kein Hitzestau bei unseren Tests bildet. Das ist also kein Problem. Die Bedienknöpfe sind auf die rechte Seite gewandert. Hier kann man die wichtigsten Grundfunktionen steuern, falls man die Fernbedienung verlegt hat. Und Sony-typisch befinden sich auf der rechten Seite auch alle Anschlüsse. Die HDMI-Eingänge sind nach wie vor nicht nach 2.1 Standard. Da werden manche von euch jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Andererseits haben die Sony-Geräte von sich aus schon einen extrem niedrigen Input-Lag, sodass man auf diese erweiterten Gaming-Modi durchaus auch vielleicht verzichten kann. Denn auch die Bewegungsschärfe ist bei normaler Ansteuerung schon sehr, sehr hoch bei dem Gerät. Eine gute Nachricht, der XW7000 ist weiterhin 3D-kompatibel. Man hat also 3D nicht eingestellt wie bei vielen anderen Herstellern. Aber man benötigt einen externen Emitter, der hier angeschlossen werden kann, damit die Brillen mit den Funksignalen versorgt werden. Jetzt haben wir den XW7000 mal in Betrieb genommen. Schwarzer Beamer auf schwarzem Grund. Hier wird jetzt das weiße Modell angebracht, dafür einen höheren Kontrast. Denn tatsächlich gibt es den XW7000 auch in weiß. Das ist eine Neuerung gegenüber dem 790er, den es nur in schwarz gab. Und natürlich eine gute Nachricht für alle Wohnzimmerkinos. Ja, zurück zu dem Gerät. Direkt nach dem Einschalten fällt auf, dass er angenehm leise ist. Gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass er jetzt im höchsten Modus läuft, also die vollen 3200 Lumen mobilisiert. Er ist zwar nicht unhörbar, aber trotzdem wirklich in einem angenehmen Bereich. Erreicht wird diese neue geringe Lautstärke dadurch, dass die Laser Engine nicht nur luftgekühlt ist, sondern auch mit Flüssigkeit gekühlt wird. Die ist also teils flüssigkeitsgekühlt und die Lüfter wirken nur noch unterstützend. Sehr schöne Sache. Ja, zur Aufstellung. Das Objektiv wurde laut Sony überarbeitet, wirkt aber auf den ersten Blick nicht wirklich hochwertiger als beim 790er. Hier vorne ist auch definitiv weiter eine Kunststoffoptik. Wenn man auf der Fernbedienung die Lens Adjustment-Tasten drückt, das ist natürlich weiterhin vollmotorisiert, dann kann man sowohl den Fokus als auch den Zoom und den Lensshift komplett per Fernbedienung bedienen. Das ist natürlich sehr schön, weil man gerade die Schärfe an der Leinwand justieren kann. Das Testbild wurde geändert. Das zeigt jetzt große blaue Partien. Und man kann natürlich auch hier jetzt die Randscharfe sehr schön direkt beobachten. Die ist bei diesem Testgerät sehr, sehr gut. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob das die ganze Serie betreffen wird, aber die Randscharfe ist bei diesem Gerät ein Tick besser als bei dem 790er, zumindest im Serienschnitt des 790ers. Ansonsten, die Aufstellungsflexibilität ist absolut identisch geblieben. Der Lensshift hat denselben Umfang, sowohl vertikal als auch horizontal. Der Zoom-Bereich ist der gleiche. Hier hat sich gegenüber dem 790er nichts geändert. Wir kommen zur Bedienung und hier hat sich tatsächlich so gut wie gar nichts geändert. Der Projektor ist nicht smart geworden und auch das Bediensystem ist komplett identisch zum Vorgänger, sowohl in der Menüstruktur als auch in der Fernbedienung. Was aber kein Nachteil sein muss, denn die Struktur ist wirklich sehr übersichtlich. Ein paar kleine Änderungen gibt es auch. Eine fällt zum Beispiel auf, wenn man hier bei den Presets mal die Presets aktiviert, dann sieht man, dass es neben den ganzen üblichen Presets, die man von Sony wie man kennt, auch einen IMAX Enhanced-Modus gibt. Dieses Preset ist nach den Vorgaben von IMAX justiert, sodass IMAX Enhanced-Filme, wie sie zum Beispiel auch bei Disney Plus zu sehen sind, optimal ausgereizt werden. Ansonsten haben wir hier die üblichen Funktionen, ganz gut gegliedert in Hauptkategorien und auch ein Infoscreen steht zur Verfügung. Die Sony-Besitzer unter euch werden diese ganzen Menüs kennen. Hier haben wir die verschiedenen Farbtemperaturen zur Auswahl, die Experten-Einstellungen, hier ist ein Color-Management und die verschiedenen Farbräume und und und. Eine neue Funktion gibt es allerdings und das ist die lebhafte Farbverstärkung. Ja, was ist die lebhafte Farbverstärkung? Klar, ein Modus, der die Farben kräftiger macht. Die Perfektionisten unter euch würden jetzt sagen, ja, wofür braucht man das? Zu bunte Bilder? Ganz so einfach hat Sony es nicht gemacht. In dem Gerät ist tatsächlich ein Lichtsensor verbaut, der das Umgebungslicht misst. Und wenn er merkt, dass tatsächlich viel Umgebungslicht da ist, dann hebt er die Farbbrillanz an, damit sich das Bild gegen das Fremdlicht durchsetzen kann. Nun ist es ja ein High-End-Projektor und man wird nicht unbedingt im Hellen gucken, aber gerade bei Wohnzimmeranwendungen kann das sinnvoll sein. Insofern nehmen wir das gerne mit, aber eine essentiell wichtige Funktion ist das natürlich nicht. Jetzt kommen wir zur Bildqualität und wir starten natürlich mit dem wichtigsten Thema der Lichtleistung. Erreicht der XW7000 tatsächlich die 3200 Lumen, die Sony verspricht? Ja, dafür aktivieren wir natürlich alle Lichtreserven. Das geht hier sehr gut, das ist wie beim 790er, kann man hier den Ausgang steuern. Das steht auf Max und wir haben natürlich auch die native Farbtemperatur aktiviert. Und wenn man jetzt ein Weißbild auflegt, können wir mit dem Luxmeter messen und wir kommen tatsächlich auf die 3200 Lumen, die Sony versprochen hat. Wenn man ihn auf D65 kalibriert oder die Farbtemperatur wählt, die D65 entspricht, das haben wir übrigens auch mal nachgemessen, ab Werk ist der Beamer fast perfekt kalibriert. Hier seht ihr den Messgrafen, auch das wirklich sehr, sehr gut. Gut, dann verliert er etwas Licht und fällt von 3200 Lumen auf ungefähr 2600 Lumen. Er verliert also um die 20% Licht, was durchaus normal ist. Und auch netto ist er natürlich ein sehr, sehr heller Beamer, einer der hellsten HDR 4K Beamer, die man derzeit für Geld kaufen kann. Viel Licht ist für HDR wichtig, aber genauso wichtig ist natürlich viel Kontrast. Und hier haben wir natürlich auch nachgemessen. Erstmal der On-Off-Kontrast, das war relativ spannend, weil es sich ja hier um neue Panels handelt. Und wir messen tatsächlich den für Sony typischen Wert zwischen 13.000 und 18.000 zu 1, je nach Zoom. Das ist ein sehr hoher, sehr solider, nativer Kontrastwert und gegenüber der Vorgängerserie nahezu identisch. Kombinieren tut er das mit einem sehr hohen Innenbildkontrast. Wir erreichen hier bis zu 380 zu 1. Auch hier werden die sehr guten, hervorragenden Ergebnisse des 97er weiter beibehalten. Ja, bleibt noch der Schwarzwert. Der Schwarzwert ist natürlich nicht nur vom nativen Kontrast abhängig, sondern auch vom Laserdimming, denn das Modell verfügt natürlich über eine Dynamikkontrolle, also ein Laserdimming. Dies kann man sowohl im Voll- als auch im Begrenzten Modus betreiben. Dementsprechend wird der Schwarzwert verbessert, das kennen wir auch vom Vorgänger. Eine Iris im Objektiv gibt es nicht mehr, sodass das Gerät allein mit Dimming arbeitet. Hier können wir euch noch keinen Messwert liefern, denn tatsächlich ist das Laserdimming noch nicht voll aktiv. Wir erwarten eine Spreizung des Dynamikumfangs um den Faktor 2 bis 3, sodass das Gerät zwischen 30.000 und 40.000 zu 1 dynamisch sich wahrscheinlich bewegen wird. Wie gerade gesehen bietet der XV7000 schon ab Werk einen sehr guten Kontrast und einen sehr hohen Dynamikumfang, aber gerade für HDR kann man davon nie genug haben, weshalb wir uns natürlich mit dem Tuningpotenzial beschäftigt haben. Und wir konnten hier verschiedene Reserven tatsächlich wieder herausholen und durch die Kalibrierung per passendem Farbfilter steigern wir den Kontrast und den Schwarzwert des Projektors um tatsächlich über 30% auf 15.000 bis 20.000 zu 1 nativ. Das nächste spannende Thema spricht der Farbraum. Klar, für normale SDR- bzw. HD-Inhalte ist dieser Beamer bestens gerüstet. Er deckt natürlich den 709-Farbraum zu 100% ab. Ist übrigens am Werk auch hier sehr gut abgestimmt. Entscheidend ist, was macht er mit UHD-Premium-Inhalten mit Original-Kino-DCi-P3-Farbraum? Ja, und hier ist die Antwort auch schnell gegeben. Hier liefert er identische Ergebnisse zum 97er. Das heißt, er zeigt einen sehr großen Farbraum, deckt DCi sehr gut ab, verfehlt allerdings die Rotkoordinate ganz knapp und auch im Grün ist noch ein bisschen Spielraum zum vollen DCi-P3-Farbraum. Aber das sind eigentlich Einschränkungen, die man sehr gut hinnehmen kann, zumal dieser Beamer auch keinerlei DCi-Filter verwendet, die ja nur wiederum Licht kosten. Wir kommen zum letzten großen Thema der Schärfe und auch das war besonders spannend, denn schließlich sind ja die SX-RD-Penels geschrumpft worden und es stellt sich die Frage, ob man aus den kleineren Penels die gleiche Schärfe herausholen kann. Und die Antwort ist ja. Tatsächlich ist der XW7000 kein bisschen unschärfer als der 97er, vielleicht sogar zumindest bei diesem Testgerät etwas schärfer, dem Objektiv geschuldet. Und auch die Bewegungsschärfe ist identisch gut. Der X1-Prozessor soll hier mehr Rechenleistung bieten. So genaue Vergleiche konnten wir jetzt noch nicht machen. Die Funktionen sind gleich wie beim Vorgänger. Auf jeden Fall arbeitet das Motionflow wirklich gerade in dem Schwachglätenmodus sehr authentisch und gut. Und die Kombination aus bis zu 2600 Lumen plus dem hohen Ansikontrast plus dem guten Schwarzwert sorgen tatsächlich für eine atemberaubende Bildtiefe, gerade in so kontrastreichen Bildern wie diesen hier. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man den XW7000 hier an seine Grenzen bringen will, dann braucht man wirklich einen dedizierten schwarzen Kinoraum. Wer sowas nicht selber bauen kann, der geht einfach zum Fachhändler, denn die bauen euch sowas gerne auch schlüsselfertig. Das waren sie, unsere ersten Eindrücke und Messergebnisse zum brandneuen XW7000. Ja, und wir stellen fest, Sony ist es tatsächlich gelungen, gegenüber dem XW7000 einiges obendrauf zu setzen. Vor allen Dingen in der Lichtleistung. Der XW7000 ist rund 1000 Lumen heller als der VW7000. Ja, und ob der XW7000 das Geld wert ist, das müsst ihr selber entscheiden. Am besten, nachdem ihr das Gerät persönlich begutachtet habt. Fahrt dazu zu einem der ausgewiesenen Fachhändler, denn dort ist der XW7000 in Kürze vorfühlbereit. Schaut euch an, wie er sich im Vergleich zum XW7000 oder zu anderen Modellen schlägt und wenn ihr genug Geld übrig habt, schlagt zu. Bis zum nächsten Mal, euer Ecki Schmidt. Ja, ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Verk�를 in diesendoorhaba waren. believed ist das, was man immer nachvollievers 토� 안녕하세요. Vielen Dank.